Die erste Klasse heute im Abschnitt C. Ich wiederhole IC 2046 nach Böll. Beachten Sie bitte die geändernde Wagenreihen. Die Wagen 1 bis 5. Die erste Klasse heute im Abschnitt C. Die erste Klasse heute im Abschnitt C. Die erste Klasse heute im Abschnitt C. Die erste Klasse heute im Abschnitt C.